Hey, komm mal mit. Wir haben hier was cooles aufgebaut. Herzlich willkommen bei den Clubnetz Streaming Sessions. Heute zum zweiten Tag aus der Szene. Und präsentiert von Radioaktiv 2.0. Danke für das sehr schöne Setting hier. Wir fühlen uns auf jeden Fall wohl. Wir haben Glück, dass wir das in der Scheune machen können. Weil ansonsten könnten wir das gar nicht in dem Aufgebot machen. An der Menschenzeit, die wir heute sind. Das ist Kumo für euch. Von Frau Albert. Ada, auch von Frau Albert. Und Fudi vom Kotborschi Kollektiv. Und die werden jetzt die nächsten vier Stunden den ganzen Abend für euch zeichnen und malen. Ihr könnt gerne in den Chat reinschreiben, was ihr gerne sehen würdet. Worauf ihr Bock habt. Und Dominik Ada wird euch antworten, ob ihm das gut genug ist oder nicht. Und wenn das so ist, dann seht ihr das hier auf dieser Wand. Also fühlt euch frei. Ihr könnt gerne euch auslassen im Chat. Wir versuchen immer mal zu antworten und gucken dort mit rein. Und genau, ich nehme euch mal mit zur Bühne. Hier haben wir Kanna. Von 100% okay und Neustädter Harz. Der wird euch nachher ein paar geile Beats zeigen, die er selber gebaut hat, die auch bald erscheinen werden. Hier haben wir Franz Mann vom Neustädter Harz. Auch er wird nachher ein Beat-Set für euch spielen mit neun Beats. Und wir haben natürlich Joker, auch von Neustädter Harz. Grüß dich. Und auch er wird neue Tracks spielen. Und wir werden heute zwei kurze Rap-Sets spielen. Und wir haben auf jeden Fall Bock. Jetzt erst mal fangen wir an mit einem Classic-Vinyl-Set die nächste Stunde. Und um neun melden wir uns zurück. Schreibt gerne in den Chat, wenn euch irgendwas einfällt. Bei allem, was ihr gemalt haben möchtet. Und wir antworten euch. Bis dann. Viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.